Ich mach noch ein Oh Mann Ihr seid krank, Digger Ich freu Klipp da, Digger Klipp, Klipp, Klipp Hä? Oh Was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel und zwar was machen wir? Wir machen einen fetten, fetten, fetten Vlog draus und zwar jetzt nach Berlin mit meiner Freundin, mit einem anderen Pärchen, mit Tobi kennt ihr, mein Nemesis was Schätzfragen angeht und ja ich hab hier schon meine Tasche gepackt ich spring jetzt in die Badewanne machen die fertig und danach geht's ab nach Berlin und dann noch meine Freundin direkt von der Arbeit ab und dann geht's so runter ich freu mich, wir werden Purch auf jeden Fall sehen eventuell werden wir MC Boogie treffen, kommt drauf an, ob er halt Zeit hat oder nicht und ja, bisschen Sightseeing machen und so bisschen Berlin, wird auf jeden Fall geil hier, guck mal hier, Tasche schon gepackt hier, guck mal, was nehmen wir mit so hier halt so Dings Ladekabel, Jeans und so Unterschlüpper zwei separate Akkus, ich weiß nicht wie lange meine Kamera halt deswegen anderes Stativ, Gürtel und natürlich meine Zahnbürste hier ja, ich freu mich auf jeden Fall drauf es wird heftig, also es wird wirklich sehr geil da fahren wir hin wo fahren wir hin wen holen wir jetzt ab? Anna und Tobi bist du bereit? noch nicht, nein Sagen Sie her, wie sind wir haben Sie Bock? Drei Stunden Autobahn rasieren Was können wir hier holen? Deine Mutter Deine Mutter Daniel Laminati Ganz viel Müll Ganz viel Müll Die sind so gefrikt da, Digga Ja Ja So sieht das hier aus, wir sind jetzt angekommen hier Ich zeig mal die Aussicht so mäßig aber machst du es zu, damit keiner rausspringt zur Aussicht Klein aber fein hier so ne extra Flachbildpferde Damit ihr so Vergleich habt, wie groß der Fernseher gerade ist Also zwei Hände so, aber ist cool Guten Morgen Berlin So, da steht mein Auto wird jetzt umgeparkt So sieht unsere Aussicht aus, ich denke so sieht man die besser So 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 kleine Mini Piss Tankings Brötchen Aufschnitt Das ist sehr gut Das geht rein Erstmal Stuhlgang, ja? Isda Mantel Isda Das ist Isda So, so rasch die Aussprache Hier gab's Müsli Getränke Brötchen Da gab's so Auflaufen und so Und da ist so ne Pancake Maschine gewesen Sehr gut, hat geschmeckt Das Ganze Ok Wie geht BEEN? Die Hände Wie geht es in der Sie sind Nein Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind En Sie sind Mö Sie sind 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 Finde mal ein Gate. Die fahren so, dann kommen wir aus einem Sturm. Die kommen aus einem Sturm. Wir müssen auf jeden Fall... Da lang. Immer diese Raucher hier. Immer diese Raucher. Jawoll. Piss dich, Digga. Piss dich. Die Frauen im Regen unterwegs. Und die Männer brauchen einfach nur... Ein Bier. Prost. Bier schützt vor Wind und Wetter. Die macht glücklich. Aber Bier ist nicht alles auf der Welt. Es gibt auch wichtigere Dinge. Korn. Ja. You never see. Ihr müsst mal Brandenburg gucken. Fútbol, Digga. Geil. Ich bin drittst. Tobi. 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 Schrauhe. Komm schon, Tobi. Komm schon, Tobi. Oh ja. Korn. Tobi. Auf. Rauf, rauf. Schön, schön. Schön. Oh, komm! Oh, mach den! Oh, macht den gut. Echt gut. Marius, herbst bei Wurst! So, Reini, wir sind gerade in Berlin. Ihr müsst ja auch mal hier die Wurst testen. Wir testen mal. Die Stimmung ist eine gute zwei und die Brust ist auch gut. Also beides super. Grüße aus Berlin Reinhardt. Schmeck! Tobias, ich muss ohne Europa, ich sage, ich lasse mich. Ich muss hier um Wasser. Ich fühle mich da und dann kommt hier. Borrat! Mach mal ein groupwalk, mach mal. Alter, ich bin knapp. Ich mache den groupwalk. Geh mal weg, Schatz. Oh. Rassig. Tobias mit Oleg, ich sage, ich möchte hier am Cise Ballet. Wir chillen hier gerade mit Anna und meiner Freundin hier. Hier ist meine Freundin. Checkpoint Charlie. Und Tobi meinte, hier ist eine Zombie-Map von der Kultur. Ja, also nur in den 80er Jahren. Wenn du diese Straße nämlich überquerst in dieser Map, hier liegt so ein riesen Haufen Schrott. Dann steht da Ost-Berlin, West-Berlin. Dann kannst du da so und unten den U-Bahn-Tunnel rein. Tobi! Ja? Nix. Da sind wir doch. 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 Ja. Gut? Ja. Guck mal, da sind wir doch am Brandenburger Tor. Guck mal, ey. Oh man, da ist hier so live da sein. Ich glaube, ich bin das zweite Mal hier, aber hat sich nichts verändert, muss ich sagen. Das ist sehr schön hier. Sieht sehr geil aus. Guck mal. Cool. Sehr, sehr cool, Mann. Wolli, wo wir schauen, wenn ich mal was das mal? Oh. What the fuck? Er denkt, ich mache Fotos. Er denkt, ich mache Fotos. Guck jetzt, wie hin ich die hochnehme. Dann könnt ihr beide machen. Okay, ich mache Fotos. Mit dich auf Fotos. Was machst du? Wie filmt er die ganze Zeit? Ich habe ein Video. Session fertig und was machen wir jetzt? Schrottochino Ballen. Ein Schokoschrottochino. Ich knall mir jetzt so einen Vodka, das glaubst du gar nicht. Ich knall mir jetzt so einen Vodka. Failies mit Schuss. Hallo, jemand muss noch ein Foto von uns vielen alle machen. Nee, 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 nee. Ach ja, stimmt, doch, doch, doch. Das wissen wir. Safi. Welches Mädchen? Dieses Mädchen? Soll ich, soll sie ein Foto machen? Oh, Mann, die Polen hier. Hallo, ah, guck mal. Ah, guck mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.